Für Unternehmer ist es das Um und Auf, Betriebs- und Vermögenswerte abzusichern. Ein Beispiel. Ein Restaurantbesitzer montiert am Abend einen kleinen Warmwassertank in den Sanitärräumen. Er verwendet dabei den falschen Anschluss für den Verbindungsschlauch. Am nächsten Tag ist der ganze Restaurantbereich unter Wasser gesetzt. Dieser Schaden ist eigentlich nicht versichert, aber im Rahmen der Helvetia Best Business Versicherung ist auch grobe Fahrlässigkeit zu 100 Prozent gedeckt. Einfach. Klar. Helvetia.